Die Bezirksspitzenkandidaten aus Innsbruck, Lienz und Kitzbühel präsentiert die junge Bewegung Vorwärts Tirol in Innsbruck. Waltra Buchberger ist im Gesundheitsbereich tätig. Unter anderem war sie Vizebürgermeisterin in St. Siegmund im Sellrhein und ist derzeit Ersatzgemeinerätin der Liste für Innsbruck. Waltra Buchberger steht im Bezirk Innsbruck statt auf dem ersten Listenplatz. Josef Schett führt die Liste im Bezirk Lienz an. Der Biobauer ist mit seinem Unternehmen Villgrater Natur erfolgreich und ist seit Jahren im Tourismusverband und war auch in seiner Heimatgemeinde Innervillgraten aktiv. Im Bezirk Kitzbühel steht Simon Brückler an erster Stelle. Der Rechtsanwalt war bereits im Landtag tätig. Gemeinsam mit Hans Lindenberger präsentieren die Kandidaten auch die ersten Schwerpunkte des Programms von Vorwärts Tirol. Im Mittelpunkt des wichtigen Demokratiepaktes für Tirol stehen unter anderem die Stärkung der Direktwahlen, der Ausbau der direkten Demokratie, die Reduktion der Parteienförderung, eine Beschränkung der Funktionsdauer und die Abschaffung des Bundesrates.